Verehrte Fluggäste, wir informieren Sie darüber, dass wir nun über den Amazonas-Dschungel fliegen und, äh... Hey ihr Lusers, nur heute! Als megastarken Service der Fluggesellschaft werden Slacks und Geeks seine Demo fahren, was man volle Kante nicht tun darf, wenn man keine Extremente ist. Nein! Meine Güte, sind Sie denn völlig verrückt geworden? Ja, wir sehen uns auf Erde! Das Spiel heißt Extremlandemannsuche! Also, das darf doch alles nicht wahr sein! Womit hab ich das nur verdient? Du bist das dümmste Chameleon im ganzen Amazonas! Ich will, dass du mir nicht nauernd nachläufst, verstanden? Und hör auf, das Gleiche zu tun wie ich! Du sollst damit aufhören, hab ich gesagt! Du sollst damit aufhören, hab ich gesagt! Nein, ich werde gleich wahnsinnig. Ich werde gleich wahnsinnig. Und jetzt, mein Freund. Und jetzt, mein Freund. Hörst du mächtig auf die Schnauze kriegen? Lug dir den an. Was will der Klubscher von uns? Sei vorsichtig. Vielleicht ist es ein einheimisch geborener Dschungelkannibale, der gern menschliches Entenfleisch frisst. So ein Knochenlutscher, ja? Ich wurde beauftragt, einheimisch geborene Dschungelkannibalen zu bekämpfen. Das war eine starke Abschreikeinlage. Hey, das sind ja meine Knochenmatten. Nimm deine Griffe weg. Ja, ist es denn die Posse ein lebendes Kopiergerät? Sekunde mal, Junge. Wer hat dir erlaubt, mich nachzuahmen, du Klipsklops? Wer hat dir erlaubt, mich nachzuahmen, du Klipsklops? Was macht der Typ hier für eine Gülle? Also, ich find ihn irgendwie drollig. Was macht der Typ hier für eine Gülle? Hau ihn! Hau ihn! Nimm ihn dir zur Entenbrust, Slacks! Nimm ihn dir zur Entenbrust, Slacks! Er ist cool! Hast du gesehen, wie schnell dem Nervbrot die Luft ausgegangen ist? Ich glaub, wir sind echte Profi-Dschungel-Flagmänner. Ja, genau! Äh, Kuckuck! Kuckuck! Begreif's endlich! Du sollst mich in Ruhe lassen! Ich denke, er hat langsam die Fresse dick. Ich denke, er hat langsam die Fresse dick. Dein Freund ist aber ziemlich fettig auf Morge. Nein, nein, das kann man doch unter gute Laune verbuchen. Wir machen jetzt die Schuhe! Wenn ich euch hier wegbringen soll, von mir aus, aber dafür müsst ihr ein paar Pinnunsen rauszuckeln. Denn ihr habt in meinen Spuckkopf gespuckt. Kein Ding! Bring uns nur wieder zurück in unsere Stadt und du bekommst so viel von Dachowski, wie du willst! Na, du, 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 du! Oh! Hier sind deine Schnuckeltiere. Und jetzt Mampf die Mampf. Hier ist Selbstbedienung. Schlag zu, Flatterbrumse. Junge, langsam werde ich wieder chillig und kann mich entspannen. Los, ziel eine, Pluppa-Quatsch, du halsloser Wurm. Verzeihst du dich jetzt? Verpfalz für die Sack. Da, die Stiebstütze. Da, die Funzel. Eindeutiger Vitamin- und Eisenmangel. Die Stellglocke. Jetzt ist er da. Nö, da. Nö, da, nö, da, nö, da. Die Glotze. Das ist auf 100 Brustens. Nicht die Röhre, die ist doch noch so jung. Doch. Nein. Ja. Ich fass es nicht, die schöne Flimmer-Schatulle. Ich krieg dich. Ich stoß dich kaputt, ich. Also, die Trine imitiert dich verdammt gut. War doch voll Logo, dass der echte Liegster niemals die Röhre versemmeln würde. Aber mach dir keinen Kopf. Ich werde mir dieses verflixte Chamäleon jetzt vorknöppen. Und zwar ein für alle Mal. Jetzt geht's voll auf die Möhre, du. Nun mach mal halb lang, Kumpel, ich bin's. Ich mach mal halb lang, Kumpel, ich bin's. Sorry, habt ihr irgendwo cremende Mustart? Na, sag mal, wir unterhalten uns gerade. Fliegen. Er verlungt die Brunze. Ich stecke deinem Abgrund. Und der Schnitt. Stoppt sofort die Dreharbeiten, ihr eingebildeten Enten. Äh, wer ist denn der Sex-Tourist? Ich bin der Produzent. Ich bin derjenige, der diesen Kartehut bezahlt. Also haltet gefälligst eure Klappe. Ihr habt keine einzige Szene verstanden, ihr Idioten. Ihr seid eingebildet. Ich liebe es zu schreien. Wunderbar. Der Kleine ist niedlich, er ist witzig, er ist ein Original und damit ist er einfach perfekt. Er wird ab sofort der neue Star der Serie. Und was ist mit uns? Ach ja, ihr seid ja auch noch da. Ihr seid gefeiert. Aha. Ich werde aus dir einen neuen Star machen. Aber dafür musst du alles tun, was ich sage, klar? Aber dafür musst du alles tun, was ich sage, klar? Hey, niemand sagt mir, was ich tun soll. Hey, niemand sagt mir, was ich tun soll. Hör sofort auf damit. Hör sofort auf damit. Ich hab gesagt, hör auf. Ich hab gesagt, hör auf. Bei denen war doch Pusche mit drin. Ich hab gesagt, hör auf. Vielen Dank.